Guten Tag Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Team Electronic. Heute erklären wir euch, was Freenet ist. Es gibt viele Dinge, die typisch deutsch sind, zum Beispiel die Umlaute RÖÜ, Schwarzwälder Kuckucksuhren, diese Männer, Bier, Bratwurst, Schnitzel, Oktoberfest und Freenet. Freenet ist eine Funkanwendung, die ausschließlich in Deutschland benutzt werden kann. Diese ist anmelde- und gebührenfrei, wie PMR. Durch die Frequenzeigenschaften des VHF-Frequenzbandes ist Freenet gut für den Außenbereich und somit für die professionelle Anwendung geeignet, wie zum Beispiel im Forstbetrieb oder Bauunternehmen. Außerdem hat Freenet eine Bandbreite von 12,5 kHz und eine Senderleistung von 500 mW. Auf unserer Homepage www.team-elektronik.de findet ihr weitere Informationen zu diesem Thema sowie eine große Auswahl an Freenet-Geräten. Gerne stehen wir euch für eine persönliche Beratung zur Verfügung unter der 069-300-950, bei Instagram oder bei Facebook oder auf der Webseite. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag und bedanken uns fürs Zusehen.